Was ist denn passiert? Ach, nur eine Wasserflasche kaputt gegangen. Wir müssen dann auch langsam los. Die Baitchen ist nass geworden. Come on, Bubi! Yeah! That's my boy! Good boy, Romeo! Good boy! Macht sie krank. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Diese Tapete praktisch mein Leben lang gesehen. Willst du, dass ich krank bin, ja? Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Was ist jetzt bitte mit diesem Scheiß-Handy aufhören? Ich komme nach sechs Monaten aus Afrika zurück. Nach sechs Monaten harter Arbeit. Und du empfängst mich so. Ja, wie? Ja, keine Ahnung, wie. Entschuldige, das ist Leo. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!